Hallo! Ja, wenn ihr dachtet, ihr habt die leicht gruseligen, ausgefallenen Face-Painting und Make-Up-Looks nach Oktober überlebt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn ich zeige euch heute diesen Look hier, der ist sehr stark inspiriert von einem Look, den ich bei Mikey aka Glam & Gore gesehen habe. Den verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich starte damit, mein Gesicht braun zu malen, aber nur außen, so wie hier. Also lasse ich erstmal die Mitte frei. Das gleiche mache ich auch am Oberkörper, da lasse ich auch genauso wie im Gesicht die Mitte frei und mache den Rest braun, also die ganze Schulterpartie und sowas. Um das zu setten, bin ich darüber noch mit einem braunen Lidschatten gegangen und habe mir dann auch endlich schwarzes Glära-Kontaktlinsen eingesetzt und meine Augenbrauen mit weißer Mascara heller gemacht. Dann habe ich einen hellen Beige-Ton auf die freien Stellen aufgetragen, also auf die Mitte des Gesichts und das in das Braun geblendet, damit wir so einen schönen weichen Übergang bekommen. Als nächstes habe ich meine Augenbrauen mit einem hellen Braun nachgefahren. Ich wollte die nicht weiß, aber eben so ganz hellbraun haben wie hier. Als nächstes habe ich meine Nasenspitze rot gemalt und auch ein bisschen mit Schwarz gearbeitet, da ich ja Rudolf bin und kein normales Rentier, musste die Nase rot sein. Ich habe außerdem noch eine dünne Linie von der Nase zum Mund gezogen und die Oberlippe mit schwarzem Lidschatten so ein bisschen verdunkelt. Mit Braun habe ich dann auch noch die Nase so ein bisschen, ja, breiter konturiert, würde ich mal sagen. Auf dem Lid habe ich schwarze Cremefarben aufgetragen und die auch gleich mit schwarzem Lidschatten gesettet. Im Innenwinkel habe ich dann so eine Ecke hier gemalt, um die Form ein bisschen zu verändern und stärker zu betonen und das dann mit dem Rest verbunden. Dafür habe ich dann auch noch schwarzen Kajal auf die Wasserlinie aufgetragen. Zu Dekozwecken habe ich jetzt noch hier und da so ein paar weiße Punkte aufgemalt. Ich glaube, die meisten Rentiere haben keine weißen Punkte, aber seien wir mal ehrlich, das sieht irgendwie hübscher aus, finde ich. Also habe ich das einfach trotzdem gemacht. Künstlerische Freiheit, okay. Das Ganze habe ich am Oberkörper natürlich auch gemacht, logisch, ne. Da pinke Haare jetzt nicht unbedingt super zu einem Rentier passen, habe ich mir noch eine braune Perücke aufgesetzt und schon war dieses etwas andere Weihnachts-Make-up fertig. Ich verlinke euch jetzt hier rechts mein letztes Video und meine LMX-Mass-Playlist mit allen weiteren Videos aus dieser Reihe. Wir sehen uns dann am Dienstag nochmal zu einem letzten LMX-Mass-Video. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ja, ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!